Heute machen wir eine Reise in die Welt der Gefühle. Sicher hast du dich schon einmal richtig verletzt und musstest vor Schmerz weinen, aber man kann auch vor Glück oder Freude weinen. Aber meistens trauert man um einen geliebten Menschen, der verstorben ist. Du hast eine ganz eigene Art zu weinen und mit Trauer umzugehen. Anders als zum Beispiel dein Papa oder deine Mama oder deine Geschwister. Alles ist gut und alles ist okay. Die kleinen Marmorfigürchen, die wir uns heute zusammen anschauen, zeigen 40 verschiedene Ausdrücke von Trauer. Der eine betet, ein anderer weint ganz laut, ein dritter schluchzt leise vor sich hin. Viele Könige und Königinnen, Herzöge oder Bischöfe sind auf ihren Grabmälern in ihrer ganzen Pracht dargestellt, die sie zu Lebzeiten hatten. Das Besondere an unserem Grabmal sind aber die 40 trauernden Figuren, die um das Grabmal versammelt sind. Man nennt sie Pleurons. Dies ist französisch und heißt übersetzt die Weinenden. Die Figuren gehören zum Grabmal des Herzog Philipps des Kühnen. Philipp starb im Jahre 1404. Aber schon 20 Jahre davor haben Künstler begonnen, an seinem Grabmal zu arbeiten. Denn Philipp wollte auch noch nach seinem Tod an den großen Reichtum und die Macht seiner Familie erinnern. Und er wollte der Nachwelt, das heißt allen Menschen, die nach seinem Tod leben, also auch uns, zeigen, dass er sehr beliebt war und sein Tod viele Menschen traurig gemacht hat.